Ich habe das erste Mal an einem Wettbewerb von der Gaster Aargau mitgemacht. Dort durfte ich das Wettbewerbsfeeling schnuppern. Ich bin dabei, denn ich bin eine Person, die sehr gerne auf kleine Detailings achtet. Die beiden, die ich vor zwei Jahren mitgemacht habe, konnte ich schon alles sehen. Ich war selber im Backstage bei der Staff. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Darum fand ich den Bezug durch das Wettbewerb. Das Funkeln in den Augen der Gäste, wenn du den Moment hast, dass die Gäste für dich oder dir alles glauben oder für dich alles machen würden. Es ist kein Abendservice gleich. Das ist eine Challenge, die mich sehr motiviert und mir sehr gefällt. Essen zu können ist eigentlich Luxus. Man könnte den Leuten so schöne Erinnerungen schaffen und immer ein Teil davon sein, sei es eine Hochzeit oder ein Geburtstag. Das ist doch etwas ganz Schönes. Der Entscheid, so weit zu kommen, alles dafür zu geben und auch Sachen aufzugeben. Es ist jetzt so, ja alles oder nichts und jetzt steht man hier und es ist mega. Es gibt ja dort draussen noch x Leute, die das auch mega gut drauf haben. Also ich habe mich einfach dazu entschieden, hier mitzumachen und das ist für mich eine Riesenchance. Es ist verrückt, aber wirklich mega cool. Ich bin mega stolz, habe mega Freude und jedes Mal, wenn ich aufwache, denke ich, Hey, du hast es geschafft, weil es ein weiter Weg war. Und das macht mich natürlich glücklich und unglaublich stolz auf mich selber. Ich bin mega, aber das macht mich überall wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020